Hallo und herzlich willkommen beim neuen beim weiteren Let's Play City Skyline so haben wir gerade das Gebäude hier weg und das hier auch so in der Zwischenzeit habe ich mir wieder ein paar Modsrunde geladen ein paar neue Gebäude ähm dazu kommen wir gleich jetzt ist die Frage wie sieht es hier aus und abgeschalten 62 Prozent ja Bolo so soll es sein der Kurs hier drauf ich weiß gar nicht wo es überhaupt sein soll das neue Gebäude ah hier ist das Schloss äh so gehen ja ich dachte mir das sieht relativ gut aus jetzt ist nur die andere Frage ist relativ klein wo könnten wir sind tatsächlich hier unten tatsächlich ich glaube wir setzen das auch gerade um kurz die Fälle zu steil ja hier so ne ja so sieht's in Ordnung aus so hier so am Meer ja sieht gut aus oder am Fluss halt ja hier sieht in Ordnung aus nice ähm tatsächlich könnten wir dann der hier ist übrigens auch sehr sehr nice will ich nur mal ganz ganz kurz anmerken jetzt ist nur die Frage wo können wir einen Baum ähm halt da war's ja gerade grün oder war's ja nicht grün ich weiß gar nicht äh warum ist es hier gar nicht grün ich weiß es gar nicht muss nebenan das ich weiß gar nicht ja vielleicht machen wir dann hier Wegesrand vielleicht so ein Pier ich weiß es gar nicht oder ja was kommt mir platzieren kann auch kurz hier toll ähm es sieht einfach mal so schäbig aus äh es so hier unten okay ja 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 so alter wie nice bestimmt hier ist ja noch der Fluss aber wo können wir jetzt den Fluss hinsetzen ich weiß gar nicht vielleicht so hier hin ach toll alter es sieht er es sieht echt so schäbig aus einfach nur ich ist okay m m ah ah das existiert bereits okay ja stimmt so was könnten wir denn hier noch hinbauen tatsächlich könnten wir vielleicht hier noch ein zwei äh hinbauen vielleicht einfach mal so den hier machen vielleicht ich weiß es gar nicht so boah alter leckt mich am Arsch zu wenig Waren aber warum ich glaub wir hätten tatsächlich das Industriegebiet nicht abreißen dürfen oder ich bin mir gar nicht so sicher ich glaube wir hätten tatsächlich das hier alles nochmal überarbeiten habe ich so leider das Gefühl ich glaub das mach ich auch gerade mal kurz huch so das ist hier eine größere straße hin so und so was ist das überhaupt ja was was ab oh ich 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 ähm so na gut jetzt müsste der Verkehr ja eigentlich besser laufen na ja boah 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 leck mich am Arsch na ja gut so also also die müssen unbedingt hier weg unbedingt wo ist abgeschaltet dann soll sich so zwei Prozent nur noch so hier hinten hier ist tatsächlich fast kein Problem freut mich sehr wieso ist hier kein Autobahn hier ist doch ein Anschluss oder nicht alter boah alter hoho leck mich am Arsch ich glaub eigentlich will ich jetzt ja kein neues anfangen müssen aber wenn wir halt hier die ganze Zeit alles abreißen müssen alles neu machen müssen ich mein lohnt sich das dann da weiter zu machen und sollten wir kein neues anfangen ich weiß es gar nicht ich glaube es wäre fast besser sogar wenn wir ein neues anfangen oder ich bin mir gar nicht so sicher boah alter wie sich das hier einfach nur mal staut haben wir haben wir hier ne Ampel? doch hier haben wir ne Ampel aber das so okay jetzt wird hier rot dann können wir jetzt die fahren wie lange haben die grün? das bringt gar nicht so wie ich gerade sehe warum warum nutzen sie denn die diesen Fahrstreifen nicht? kann das sein dass der Kreisverkehr größer sein muss? ich weiß es gar nicht gucken wir gerade kurz mal so so alter oder wir machen den hier alter 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 Obwohl, angenommen wir machen jetzt tatsächlich den hier, ne, 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 das ist wahrscheinlich viel zu groß. Warte, wir machen das gerade mal. Können wir... So, so, so. So. Halt. Nein. So. Ähm, so. So. So und... Es ist schön. Ach, ist ja schön. Ähm, okay, versuchen wir es. Ich weiß gar nicht, ob es springt. Oder ob es springt, ich habe keine Ahnung. Versuchen wir es gerade einfach mal. Jetzt machen wir aber hier die Ampel hier weg. Jetzt machen wir den hier weg, den hier und den hier. So, dann müsste es jetzt eigentlich besser laufen, soweit ich weiß, oder? Hm. Ja, ne? Doch, ja, jetzt läuft es besser. Boah, alter. Boah, krass. Alter, alter. Ja. Okay, so. 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 Er hatte tatsächlich die Fra... Ich... Also eigentlich... Sieht aber immer so scheppig aus. Hm. Also eigentlich wäre eine Autobahn ja gerade am besten, wenn wir ehrlich sind. Werden wir ehrlich sind, wäre eine Autobahn gerade am besten. So, jetzt machen wir aber noch was. So, und... Was ist das? Aufknicken, umschalten, was? Hä? Was? Hä? Ähm. Straße wird besser. Oh nein. Ähm. Das ist schön. So, und... Und... So. Können wir... Können wir jetzt hier eigentlich Straße... Mal Straßenformen... Geborgen... Was ist eigentlich das hier? Ich weiß gar nicht. Hm. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall... Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ganz kurz... So. 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 Jetzt dürfen die Autos hier noch so fahren. Und die fahren jetzt alle so rum. Dann müsst ihr jetzt... Dann müsst ihr jetzt... Dann machen wir jetzt hoch. Ja, gerade auch ganz, ganz kurz. Den hier, 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 gut. Den hier, so. So. Boah, Alter. Sieht einfach mal so schäbig aus. Was ist... So. Dann würde ich vorschlagen, machen wir die Ampelanlage hier auch gerade mal kurz weg. So. Na, also hier bitte dann... Toll. Ah, nein. Ich glaube tatsächlich, dass es sogar funktioniert. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber bis jetzt... Sieht's gerade mal so aus. Ich bin mir genug slowed段emisch. Si, bitte wann? Mein Lieb Gervais das.